Xmas bei Geissens, gibt und traute X27 Semi-Kolon ist bei ihnen etwa keine Geschenke? Morgen Kinder wird's was geben nur bei den Geissens offenbar nicht. Laut Robert Geiss, 53, halten es die Selfmade-Millionäre an Heiligabend nämlich eher schlicht. Sie verzichten lieber auf den weihnachtlichen Geschenke-Wahnsinn. Das Geld zum Fenster rausschmeißen, möchte schließlich auch trotz lockersitzender Spendierhosen nicht. Unter dem Geisschen Jechristbaum würden letztendlich verhältnismäßig wenig Präsente liegen, beteuert das Familienoberhaupt im Promiflas-Interview. Es gibt über das Jahr hinweg so viele Geschenke und so viele Zugeständnisse, dass das über Weihnachten bei den Geissens auch mal recht bescheiden zugeht, erklärt die Reality-Papa. Von Laden zu Laden zu hetzen, sei sowieso nichts für den Luxus-Clan. Außerdem hat die X-Mas-Masche längst durchschaut und verschiebt die große Schenkerei einfach um ein paar Tage nach hinten. Wir wissen ja alle, vor Weihnachten sind die Preise immer höher als im Januar. Da wir ja auch kleine Sparfüchse sind, gehen wir dann meistens im Januar wieder auf Shopping-Tour, verrät der 53-jährige Unternehmer. Erst vor kurzem wurde deutlich, dass die Kult-Familie nicht auf so großem Fuß lebt, wie es zunächst scheint. Sania, 13, und Davina, 14, bekommen zwei jede Unterstützung, die sie brauchen, um ihre Träume zu verwirklichen von Taschengeld können die beiden Mädchen hingegen nur träumen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017